Hallo Leute, ihr ist auch Mo von VR, ich bin's Mo Tensen und es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich ja gestern Swordsman VR getestet auf der Playstation VR. Die Entwickler haben mich aber mit Keys beworfen diesmal und deswegen habe ich welche über und kann einmal Swordsman für Steam verlosen, also die PC-Version, und einmal Swordsman für die Playstation, allerdings die amerikanischen Account. Falls ihr das nicht wisst übrigens, man kann sich einen amerikanischen Account machen, dann dort die Playstation als Primärsystem anmelden und dann mit dem sekundären deutschen Account alle Titel, die man auf dem amerikanischen Account hat, spielen. Das funktioniert, müssen wir ausprobieren, geht problemlos, aber das nur nebenbei. Dieses Gewinnspiel läuft natürlich ab, wie immer, mit einer Frage und die müsst ihr beantworten. Also, wenn ihr Swordsman VR gewinnen wollt, den aktuellen Titel von Sinn Studio, Schwertkampf, huhu, dann müsst ihr folgendes tun. Dieses Video erstmal liken, dann sharen und dann diese Frage, die ich jetzt stelle, in den Kommentaren beantworten. Idee ist natürlich wieder von Isa Isa, die hat sich das beim Zehnputzen eben ausgedacht. Und zwar weiß sie, dass ich damals als Kind total verrückt war nach Rittern. Ich fand Ritter total geil. Und wir waren ja in der DDR, da konnte man ja einfach in den Laden gehen und sich geile Ritterspielzeuge kaufen. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal so aus einer alten Holzlatte ein richtiges Schwert gebaut. Ich habe das so ausgeschnitten und geschliffen und mit einem richtigen Griff und Goldfarbe bemalt und hatte dann ein Schwert zum Rumspielen. Und damit bin ich durch die Gegend geastet, weil ich echt verrückt nach dem Zeug war. Ich wollte immer Ritterrüstungen haben und so. Und das ist die Gewinnfrage diesmal. Also, die Frage ist, welches Spielzeug oder was wolltet ihr als Kind so dramatisch dringend haben? Ich habe das aber nie bekommen. Wie gesagt, ich habe es mir dann selber gebaut. Aber die Frage ist, was für ein Spielzeug wolltet ihr mal haben? Ich denke mal, jetzt kommen 200 Laserschwerter. Aber schreibt mal alles, was euch dazu einfällt. Was wolltet ihr als Kind so dringend mal haben und habt es nicht bekommen? Das ist die Gewinnenspielfrage diesmal. Also, dieses Video liken, sharing und die Frage beantworten. Und schreibt bitte auch hinter die Antwort auf der Frage oder am besten noch vorne weg, ob ihr das für Steam oder Playstation haben wollt. Dann können wir da aussortieren. Ich werde dann zwei Verlosungen starten. Und dann kann ein glücklicher Mensch, ein schwertkämpfender Mensch, Swordsman VR haben für den Playstation Nordamerika oder Steam. Und die Verlosung ist morgen. Ihr wisst, ich habe gerade sehr viel zu tun und werde auch nachher wieder ins Büro gehen und weiterarbeiten. Wie weit und gut ich da arbeite, davon hängt ab, ob ich morgen eine richtige Live-Show mache ab 18 Uhr. Ansonsten mache ich nur die Verlosung. Also morgen 18 Uhr wird diese beiden Keys dann verlost. Entweder im Rahmen der normalen Live-Show oder einfach nur eine kurze Verlosung. Das hängt davon ab, wie beschäftigt ich morgen sein werde. Ich hoffe, ihr seid dabei und schreibt interessante Sachen. Es ist immer sehr lustig, sich das durchzulesen. Liken, sharen, kommentieren. Wir sehen uns morgen und macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.